ja und damit herzlich willkommen zurück zu dragon age inquisition wir sind im schloss redcliffe und haben uns den letzten folgen durchgeschlagen das geht auf den finalen kampf gegen den magister zu denke ich mal wir haben in den letzten folgen ein paar brüste gemacht auf dem weg hier oben und ich glaube ich mutmaße mal dass wir jetzt bald auf ihn treffen werden und schauen wir mal noch mehr türen und noch mehr loot funkelner star da ich lesen alexius tagebuch das scheint alexis tagebuch zu sein hier der letzte eintrag nichts funktioniert ich habe unzählige male versucht vor die explosion des konklaves zurück zu springen bevor felix karawane von der dunklen brute angegriffen wurde bevor die venatorien minatus aufgetauchten doch ohne erfolg die breche ist die quelle die die magie ermöglicht und das reisen außerhalb ihrer zeitliste zeitleiste sind unmöglich die anweisung des ältesten die ereignisse des konklaves ungeschehen zu machen kann nicht erfüllt werden vielleicht tötet er mich deswegen aber ich muss felix vor seinem zorn schützen bindungs magier tagebuch mit jedem gescheiterten zeit zauber wird der magister ein stück weiter paranoider oder vielleicht ist es gar keine paranoia da der älteste ihn für sein versagen tatsächlich töten wird der unterschied ist auch nicht wichtig nach dem zehnten fehlschlag sperrte er sich tagsüber in der großen halle ein nach dem zwanzigsten ließ er fußsoldaten eine scherbentür aus unbekannten gefilden ausgraben und in der burg installieren jetzt könnte sein vertrautester helfer ihn nur noch sehen wenn wir alle gemeinsam gehen was wir zweimal täglich tun müssen um ihn sein essen zu bringen denn er verlässt den raum überhaupt nicht mehr ja 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 hier ist noch eine tür aber die geht jetzt auch ja da kommen wir nicht durch okay wir dürfen noch mal looten vorratslager okay dann schauen wir gleich mal wie sieht's technisch aus er kann schlürfen er kann schlürfen sie kann schlürfen so eine filter ist bei allen auf aufgefüllt ok wir speichern noch mal ab ich muss noch mal ein hüsterchen machen also langsam geht mir die stimme weg wir sollten jetzt aber langsam auf ihn treffen oder und da war königlicher flügel das ist doch stark nach ok kinder sollt hier bleiben ich weiß nicht wieso die jedes mal 30.000 verschiedene und da ist schon da oben wo ist er hin ach da liegt er schon wieder ein riss oder was was ist hier los geh weg was ist los jetzt hier genau so 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 Boah, Liliana sieht so furchtbar aus. Nebenswichtung, wenn die Besonderheit des Charakters sich ein Treffer unter Nursing rührt, ich denke, er hält den Charakter um den angegebenen Wirt. Okay, wir schauen uns noch ein bisschen um. Okay, da geht es ja noch weiter, oh mein Gott, ist das groß hier. Türen, 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 Übertüren. Okay, ich denke, das ist das installierte Tor, von dem die ganze Zeit die Rede war. Wo hinterher sich der Kollege wohl versteckt. Hier können wir nochmal Tränke auffüllen. Wie sieht es denn aus? Ich schlurfe nur einen. Er schlurft nur einen. Er schlurft nur einen. Und Ertisch schlurft auch nur einen. Wollen wir jetzt hier hoch? Dann gehen wir erstmal die anderen Türen hier durchgucken, ne? Die gehen wohl alle. Nochmal Vorratslage auffüllen? Ne. Behalten wir uns mal im Hinterköpfchen, dass hier noch was ist. Da hinten war man. Ah, da geht es. Von da sind wir gekommen. Ging es da nicht, wo ging es denn da jetzt noch hoch? Wo war der Ende? War hier Ende? Ne, hier ging es dann weiter. Letz' nicht mal. Oh. Okay. 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 Sieht nicht so aus, als hätte der älteste große Lust, seine Anhänger zu sein. So. Ah, nice. Kann unser... ...Pumpel das tragen? Wo ist denn? Kann er. Okay. Wieso sollen wir die Leiter da hoch? Was soll das für einen Sinn haben? Okay. Hier ist soweit nichts, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir rüber. Hier können wir Tränke rauffüllen. Wo geht's hier hin? Wie groß ist der Schaden, den Alexios Zauber angerichtet hat? Ganz Süd Theiders wurde von Rissen in Schutt und Asche gelegt. Und hier hat es begonnen. Ob das allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, wer weiß. Was ist das? Na? Können wir da nicht hin? Ich plane halt meisterhafte Wellenklinge. Okay. Hier geht's noch weiter. Warte, 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 warte. Kein Stress jetzt hier. Muss denn hier sein. Muss denn hier sein. Was denn hier? Okay. Wir sollen die Wand zerschlagen. Dann kommen wir doch bestimmt direkt zu dem. Will ich das? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Komm, Rückzug. Das ist wieder Buggy, ja. Kommt. Kommt, 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 kommt. Kommt. Okay. Warte, ist da jetzt der Bosskampf oder nicht? Kommt mal her, Schatz. Kommt mal her auf hier. Kommt mal her, Schatz. Drachendorn. Nice. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Sollten wir uns eine erhöhte Position suchen? Stellt diesen Vertauberer kalt! Ich weisse das, wenn ihr die Zauber nicht wirkt hier. Aber schon wieder nicht. Warum? Und schon wieder nicht. Und wieder nicht. Ja. Tut mir leid, wenn wir euch beim Essen gestört haben. Okay. Was haben wir hier? Alter, wie groß ist das hier? Obwohl, das ist... Da ist ein Bau rein. Wir sind jetzt einmal... Okay. Ich habe nichts gesagt. Hier war nur eine Tür, ne? Was innen-Einrichtung angeht, ja. Versuch, den Verzauberer auszuschalten. Oh-oh. Hallo, hallo. Action, bitte. Action. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. War nicht übermütig werden, der Kollege. So. Okay, nur noch eine Scherbe. Gleich kein Platz mehr zum Looten. Muss auch ein bisschen Kram rausschmeißen dann. Die Beetssteine. Selten wie Tag. Nur Cunyari. Ja, das müsste ja jetzt besser sein, als das, was er hat. Ich, ich, ich wusste es doch. Okay, nimm das mal. Dann lass mal ihm wünschen. Wo soll deine Freunde, da ist er. Rüstung, Kopf. Gut. Äh. So, das ist Cunyari, ne? Cunyari, Cunyari, Cunyari. Okay. Okay. Meisterhaftes Schild. Nimm das mal alles mit. So, jetzt müssen wir nur noch einen von diesen Steinen finden, ne? So eine Trankbox wäre auch nicht schlecht. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Okay, die andere Trankbox war jetzt hier genau gegenüber, ne? Kann das sein? Oder da. Oder hier. Ich war hier. Ja, ne, komm. Da ist er. Wie sieht es denn aus bei euch? Okay, dann schläft nochmal jeder hier im Trank. Gut, Vorräte aufgestockt. Aber jetzt eben war das jetzt der Raum, der besagte. Man weiß es nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Dann kriegt der Magister ein paar auf die Klappe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem man die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.